Stunden, verdammte Stunden wanderte ich hier schon rum, diese vermaledeiten Höhlen. Kein einziger Diamant, nur wertloses Erz. Meine Sicht trübte nach und nach. Ich hörte nur mein Herz klopfen. Ich hörte ganz viele Untote, doch ich sah sie nicht. Ich irrte weiter herum. Ich sah Schämen, viele Schämen. Die Sicht verzerrte sich. Ich bekam Halluzinationen. Ich fühlte mich beobachtet. Hallo? Oh Gott, wo bin ich? Hör ich da Schritte? Oh, es wird undeutlicher. Hallo? Ich hör da jemand. Oh mein Gott, ich seh nichts. Hilfe. Wo geht's hier hin? Hoch, einfach hoch. Nur raus möchte ich gerne. Raus aus diesem verdammten Höhlen-System. Oh mein Gott. Was ist das? Oh Gott, runtergefallen. Gehe ich jetzt hoch oder gehe ich runter? Oh mein Gott. Oh. Oh Gott, runtergefallen. 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 was 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 wo bin ich ich bin im haus was war das ich war doch in der höhle und nein es sieht alles normal aus was war das ich bin in den hüllen geirrt da bin ich runter gefallen nein mir scheint es gut zu gehen ist alles sogar noch da mal warum ist der boden fertig und was ist das da ein portal wie man terraform dracule dein schicksal hat entschieden du wirst ausgewählt du kannst dich diese aufgabe stellen und belohnungen erwarten falls du dich aber drücken möchtest lasse schnell diese welt und warte einen tag dann kannst du wiederkommen aber komme in scham und schande das ist eine einmalige gelegenheit aber aber muss ich mich so schnell entscheiden wofür diese aufgabe ist gefährlich geheimnis und du wirst diesen ort leider nicht so schnell wiedersehen aber dafür ein neues entdecken du kehrst aber zurück aber ich mag minecraft das ist nicht schön super hostile 1 see of flame hat dass die gleiche person gemacht die mich rauf geholt hat und gerettet hat das heißt ich muss mich jetzt entscheiden also liebe leute ich glaube das heißt wir müssen das minecraft let's play pausieren um eine neue aufgabe zu machen wir werden da reingehen was mich da alles erwarten wird und oh mein gott wird das das wird eine abenteuerliche reise dann gehen schreibt mir dieses dann durchschreiten wir dieses portal und dann sehen wir uns bei dieser aufgabe ich hoffe es wird nicht lange dauern und ich wüsste zu gern wer diese person ist nein ich werde mich nicht drücken let's go